Ne, Natururin schon wieder dran. Ich habe schon wieder eine mehrtägige Wanderung gemacht und bevor Tag 1 beginnt, wollte ich sagen, dass die Videoserie aus 3 Teilen besteht. Also sprich, ich habe 3 Tage gemacht und pro Tag 1 Teil. Und hier, übermorgen wird Tag 2 kommen und überübermorgen, ne überüberübermorgen, da kommt dann Tag 3. Genau, also alle 2 Tage kommt ein Teil hochgeladen. Das werde ich als Premiere abspielen. Und ursprünglich wollte ich über Twistringen, Wächter bis nach Kloppenburg hinlaufen, wo ich 4 Tage gebraucht hätte. Aber hier, ich hatte Akku-Probleme gehabt und Lustlosigkeit, ehrlich gesagt. So dass ich dann nur 3 Tage gemacht hatte und in Wächter dann eingestiegen bin und mit der Bahn zurückgefahren bin. Weil hier, guck mal, ich hatte nur 2 Powerbanks dabei gehabt und am 3. Tag war die eine komplett leer und die andere nur noch 20%. Und ich weiß momentan überhaupt nicht, wo man das aufladen soll. Weil man kann sich ja in keiner Gaststätte hinsetzen oder so zum Laden. Und das ist voll scheiße. Das ist scheiße, wenn beim 4. Tag der Akku komplett leer geht, weil ich dann nicht mehr weiterfilmen kann oder so. Und ich habe auch ebenso kein Solarpanel, der mich autark machen könnte, um jetzt die ganze Zeit Strom von der Sonne nehmen zu können. Und bei dem Thema Demotivation. Die ersten 2 Tage, da war voll cool Wetter gewesen mit ganz viel D3-Schäpperung, weil die Sonne, die war voll cool gewesen. Aber hier am 3. Tag, da kam die ganze Zeit so ein kalter Wind auf. Und der war voll nervig gewesen. Und der hat so demotiviert gemacht. Und wo ich dann gesehen habe, dass am 4. Tag die Temperaturen noch stärker fallen sollten, da war die Motivation, noch einen 4. Tag zu machen, ebenso nicht mehr da gewesen. Also das ohne Gehpartner zu machen. Und deswegen habe ich mich dann aus diesen 2 Gründen, wobei Grund 1 halt natürlich wichtiger ist, wegen Akku. Aber ich habe mich dann entschieden, dann einfach in Wächter den nächsten Zug zu nehmen und nach 3 Tagen die Tour zu beenden. Und jetzt, Tag 1 der Wanderungsstart kommt. Ne, Natur-Urin schon wieder dran. Ich bin gerade dabei, das Essen von gestern zu verspeisen. Und, ähm, guck mal. Ähm, hier. Da ist Sonne. Und morgen sollte auch Sonne sein. Und ich glaube übermorgen auch, wenn ich mich jetzt nicht irren sollte. Und deswegen, weil das Wetter voll cool aussieht, äh, dachte ich mir, nachdem ich das hier gefressen habe, äh, hier schon wieder eine märtige Wanderung machen. Mit draußen pennen, mit, mit Zelt und so weiter. Ähm, mit, wie heißt das doch mal. Ja genau, ich dachte mir vielleicht 3 Tage lang. Und, äh, mindestens 3 Tage lang. Und ich habe mir spontan überlegt, vielleicht nach Kloppenburg zu laufen, weil, äh, hier, ich war da noch nie gewesen. Deswegen, deswegen mal prüfen, wie, wie das da aussieht. Deswegen laufe ich da lang. Äh, aber weil Kloppenburg vielleicht nur 70 Kilometer von mir entfernt ist, also bis zum Kloppenburg Bahnhof, äh, so ungefähr, äh, ist das für mich viel zu wenig für eine 3-Tages-Wanderung. Und deswegen mache ich das in Umwegeform. Ich dachte mir hier vielleicht über Süg und Twistring und Wächter zu laufen, so ein bisschen Umwegeform, damit, damit die Kilometeranzahl größer wird. Und damit, äh, ich mehr laufen kann und so weiter. Genau, ich glaube genau so mache ich das. Und von daher, werde ich das hier jetzt erstmal auffressen und danach, ähm, wandere, und dann, ja, und dann wisst ihr Bescheid, was gleich passiert. Äh, so, ich habe gerade mein Essen, sowas von, ich, in mich vollständig reingeschoben. Äh, 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 und, äh, hier, guck mal, oh Scheiße, es ist schon 13 Uhr. Äh, das ist viel zu spät, ich wollte noch viel früher los. Äh, das liegt daran, weil ich bin erstmal um halb 10 aufgestanden. Ich musste duschen, Zähne putzen, mal die ganzen Sachen einpacken und, äh, hier Anträge ausfüllen für das Jobcenter. Es hat voll viel Zeit gefressen, weil das so viel Papierkram war. Deswegen musste ich das machen, äh, also, beziehungsweise wollte ich das erledigt haben. Und, äh, aber jetzt, äh, hier, ihr wisst schon Bescheid, was jetzt passiert. Ich werde, äh, diese Sache hier runterbringen. Ähm, genau, mein Wagen mit, mein, meiner Tasche. Und dann, wenn ich unten bin, dann Wanderung, und, und wenn ich das dann, äh, wenn ich unten bin und den Wagen aufgebaut habe, dann Wanderung Start kommt. So, der Wagen ist aufgebaut. Und ich bin draußen und ich merke, es ist voll cool Wetter heute. Und deswegen, weil heute voll cool Wetter ist, äh, gehe ich hier zu diesen, äh, verschmierten E-Center. Und dort Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. So, ich bin bei diesem verschmierten E-Center. Und jetzt werde ich Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, ich bin einkaufen gewesen. Und, äh, hier, ich habe drei Bier gekauft, äh, drei Träger. Ähm, und ich habe, äh, heute wieder voll Bock drauf auf Frikadellenbrötchen. Also habe ich hier, äh, äh, fünf Brötchen geholt. Ähm, Weißkraut. Ein bisschen hier Hamburger Soße, ein paar Frikadellen und alles andere habe ich schon. So, die Sachen sind gepackt. Jetzt erstes Bier aufmachen. Und jetzt, Wanderungsstart kommt. So, ich bin, äh, hier an dieser Weserwehr, äh, ähm, angekommen. Also da, wo, äh, hier vorne Wasser runterfällt. Und, ähm, guck mal. Da ganz hinten, da ist Rohr mit Dampf oben drauf. Und jetzt muss ich über diese Weserwehr, also da, wo Wasser runterfällt, äh, rüberlaufen. Ich bin schon wieder hier an dieser Stelle hier angekommen. Ihr wisst schon, was hier passiert, oder? Das habe ich hier, äh, euch schon mal erklärt gehabt. Guck mal, da vorne ist schon wieder so ein Naturschutzgebietsee. Also da, wo diese ganzen Vögel und sowas drauf sitzen und rumschwimmen und, ja, hochfliegen und runterfliegen und auf dem Wasser rauffallen. Genau, das ist da vorne. Äh, guck mal. Da drüben sind Schiffe und Boote und sowas. Die liegen da rum. Äh, hier, ich bin hier bei dieser Autobahnbrücke angekommen. Das ist diese Brücke, wo ich beim, beim 2000 Abonnenten Spezial, ähm, drunter gepennt habe. Ähm, da muss man hier nach da lang hingehen. Und, äh, da geht das Hotelbrücke und da habe ich drunter gepennt. Aber jetzt habe ich, jetzt bin ich gerade zu v, um da runter zu gehen, um euch das zu zeigen. Der D3 muss scheppern. Das hat so zu sein, weil ich will das so. Da muss doch wer von kommen. Hier von diesen, die drei, äh, Ja, genau. Das muss kommen. Äh, guck mal. Hier vorne, äh, da ist eine Zugbrücke mit einem Zug drauf. Ich habe einen Mülleimer gefunden und ich habe diese ganzen hier, diese leeren Bierflaschen, die ich schon getrunken habe, ähm, hier da drauf gestellt. Damit sich jetzt, genau, damit, äh, noch weniger Gewicht hier, äh, zu meinen dreckigen Gefahren hier, äh, äh, drauf ist. Ich laufe gerade an dieser dreckigen Landstraße dran vorbei. Die Autos nerven mich. Hier, ich bin in diesen Kirschweih angekommen. Ich laufe jetzt von Kirschweih aus bis nach hier nach Leeste oder wie das heißt. Und keine Ahnung, ob das richtig ist, aber mir doch egal. Ich laufe da einfach lang. Guckt mal, ich bin gerade auf einer Zugbrücke drauf und hier sind Schienen. Ich bin jetzt gerade nicht in Leeste oder wie das heißt, sondern in so einer anderen Ortschaft, wo ich den Ortsschild gar nicht gesehen habe. Aber hier, ich habe das wegen, wie heißt es nochmal? Ich habe das über diese GPS-Anzeige gesehen, dass das Richtung Twistring reingeht. Deswegen habe ich diese andere Ortschaft genommen. Und da laufe ich jetzt gerade vorbei und durch. Ja genau, durch und vorbei. So laufe ich das durch. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin irgendwie doch hier in Leeste gewesen. Ähm, ich dachte, ich wäre an einer anderen Ortschaft. Aber egal. Da weiß ich bescheid, dass es in Leeste gewesen war. Und jetzt weiter zu gelaufen bis nach, ähm, hier, äh, Süke oder wie das heißt. Äh, Süke oder Sieke. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Bierpower Froschschild. So, ich esse jetzt ein von mir von zu Hause geschmierten Brot. Das ist Brot mit Butter, Käse und, ähm, und so ein Blattsalat. So ein Brot ist das. Äh, hier, guck mal. Ich habe hier einen Zettel aufgeschrieben, wo ich überall lang gehen, äh, tue. Und da steht drauf, äh, Bremen, Weihe, Barien, Sieke oder Süke oder wie man das nennt. Warte, ey, guck mal. Hier steht drauf, äh, Barien. Äh, zwei, zwei Kilometer. Aber hier vorne steht drauf, äh, Sieke oder Süke oder wie man das nennt, äh, hier fünf Kilometer drauf. Und, ähm, ähm, na egal. Ich laufe, glaube ich, nach Süke, einfach diese Seite nach da lang. Äh, äh, da lang laufe ich jetzt lang. Genau, das mache ich jetzt. Weil hier, guck mal, die Saune ist da hinten. Äh, die, die sieht, das sieht so aus, als wenn es in der nächsten zwei Stunden, äh, langsam dunkle kommt. Deswegen, ähm, genau, mache ich diese Richtung. Nach, nach da lang. Äh, Bier, Bier trinken sogar. Äh, äh, und ein weiterer Grund, warum ich diesen Weg genommen habe, ist, dass hier weniger Verkehr und, äh, Häuser sind und sowas. Wo man viel, viel mehr da draußen ist. Genau. Deswegen habe ich diesen Weg genommen. Äh, äh, ich bin jetzt gerade bei diesem Gessel oder wie das heißt. Ja, genau, Gessel. So, ich bin jetzt gerade bei diesem Sieke oder Süke oder wie diese Ortschaft heißt. Und, ähm, und, äh, hier, guck mal. Äh, langsam Sonnenuntergang. Langsam bald dunkle kommt. Das heißt, dass ich, äh, hier durch diese Ortschaft durchgehe. Dann irgendwann rausgehe. Und wenn noch mehr dunkle kommt, dann, ähm, dann nach einem Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Genau so mache ich das jetzt. Ich habe meine ganzen zuletzt getrunkenen Bierflaschen, äh, die leer sind. Und auf diesen Sieker oder Süke Mülleimer draufgestellt. Extra damit das geupdatet aussieht. Ja, genau. Damit das höher aussieht. So, 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 so wertvoller. Und so weiter. Deswegen habe ich das da draufgestellt. Weil jetzt zu wenig Sonne ankommt, habe ich schon wieder meinen Bier-Power-Tanktop an. Guck mal, da ganz hinten, äh, die Sonne geht runter. Langsam immer mehr dunkle kommt. Ja, dieser Sonnenuntergang oder Dämmerung oder wie das heißt. Äh, das kommt gleich. Also, das kommt jetzt gerade. Das passiert jetzt. Und, ähm, ich muss ein Waldstück finden oder suchen. Ja, suchen und finden. Äh, damit ich dann gleich, ähm, hier, meine Wurfzelt aufbauen kann. Hier so ein Wildcamp-Zeltplatz muss ich suchen. Äh, hier, ich bin gerade so einen halben Kilometer oder so. Diese Straße hier gelaufen. Äh, pur. Und jetzt, äh, nicht mehr pur. Weil hier vorne ist so ein Gehweg, wo ich drauflaufen kann. Deswegen glaube ich jetzt gerade auf diesen Gehweg drauf. Der hier für mich bereitstellt. Da hinten sind Kühe. Äh, 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 immer mehr dunkle kommt. Und, äh, hier, ich habe mir überlegt, ähm, vielleicht, äh, hier diesen Weg hier, äh, lang zu laufen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Genau. Äh, hier diesen Weg, äh, hier nach ganz hinten hin zu laufen. Und, äh, das könnte gut sein. Und, 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 und da ganz hinten dann an Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Das mache ich jetzt. Bevor komplett dunkle kommt. Äh, so, ich bin jetzt gerade mitten hier im Wald oder wie das heißt. Ähm, wie man das hier so sehen kann. Genau. Hier ist überall Wald und Dunkle ist gekommen. Und, äh, hier, und deswegen, weil hier gerade dunkle gekommen ist, äh, werde ich genau hier, hier auf diesem Scheißboden, äh, jetzt mal ein Zelt, äh, aufbauen. Mit ganz viel Mühen. Das werde ich jetzt machen. Mein Wurf-Zelt ist erfolgreich aufgebaut. Genau. Und, guck mal, ich habe hier mein Zelt aufgebaut. Ähm, so sehen meine ganzen Zelt-Inereien aus. Genau. Wie immer eigentlich. Und, äh, und darauf, dass ich jetzt gerade hier in diesem dunklen Wald bin, so ganz alleine, wo nichts ist und sowas. Äh, außer, außer Wald. Ähm, werde ich jetzt, äh, hier entspannt mein Bier trinken. Äh, hier ein neues Bier aufmachen, meine ich jetzt. Genau. So, ich werde jetzt biertrinkend beginnen, äh, diese Frikadellenbrötchen zu machen. Ähm, und zwar hier. Ähm, wie heißt das nochmal? Jetzt muss ich erst mal aufgehen. Äh, hier mit diesem Spiritusöl reinmachen. Ähm, ja genau, mit Spiritus. Jetzt anzünden. Jetzt diese, diese, ähm, Pfanne draufmachen. Und jetzt, äh, hier, hier diesen Möchtegernbutter draufmachen. Und, und, und warten, bis Brat kommt. Und solange noch Brat kommt, äh, werde ich hier noch, äh, werde ich hier Brötchen aufmachen. Ich würde sagen, erst mal zwei Brötchen. Erst mal umrühren. Und ich werde schon mal, äh, hier Weißkraut auf beide Brötchen draufmachen. Damit das hier weißkrauthaft aus, äh, schmeckt, äh, schmecken wird. So, jetzt prüfen, ob das genug ist. Ich glaube, ich lasse das noch, noch eine Minute so, 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 so stehen. Und gleich nach einer Minute ist diese Frikadelle fertig. So, ich glaube, diese Frikadelle ist fertig. Ich werde diesen hier, hier reinstellen. Und, ähm, wie heißt das nochmal? Als zweite Frikadelle, weil ich will heute zwei Brötchen fressen. Die werde ich jetzt hier reinstellen, damit der auch genauso brät, wie diese andere Frikadelle. Wie die erste Frikadelle. Und für die erste Frikadelle, ähm, werde ich erstmal, genau, äh, hier, äh, äh, Hamburger Soße. Äh, hier draufkleckern. Auf diese Frikadelle. Damit das so Hamburger Soße, äh, schmeckt. Deswegen mache ich das so. Und, äh, jetzt werde ich das hier hier drauf tun. Und, äh, zack, ist meine erste, ähm, Frikadellbrötchen fertig. Das schmeckt voll cool. Ich mag das. Das müsst ihr auch mal genauso machen. Ähm, so ein Frikadellenbrötchen mit Billigfrikadellen, mit, ähm, Brötchen und, ähm, hier, Weißkraut, wie das heißt. Und, ah, hier, Hamburger Soße habe ich auch drauf gemacht, genau. Genauso habe ich diese Frikadellenbrötchen gemacht. Die sind voll cool für so einen Abend. So, das hier ist fertig geworden. Und, äh, hier, guck mal. Ich habe hier ein drittes Brötchen gemacht. Und, äh, ne, ne, dritte Frikadelle. Weil ich gedacht habe, ähm, heute doch mal, äh, hier drei Brötchen zu fressen. Genau. Äh, zum Abendbrot. Weil, weil ist halt so, ne? Deswegen, äh, fresse ich heute drei Brötchen als, anstatt zwei. So. Ähm, wo ist denn das Ding? Ah, hier. So. Ich habe jetzt mit diesem Klebeband, also Universalband heißt das, äh, hier, das hier zugemacht. Damit, ähm, das nicht wie beim letzten Mal, dieser, ähm, Weißkraut oder was das ist. Höhöhöhö. Dass da, dass der nicht ausläuft, dieser Wasser von dem hier. Das, deswegen habe ich das hier zugemacht. Genauso wie meine Frikadellen hier. Mit diesem Tape. Mit dem Universalband. Und darauf werde ich, äh, hier weiterhin Bier trinkend, ähm, hier, hier auf diesem ranzigen Stuhl hier rumsitzen. Hier bei dieser, bei diesem dunklen Walde oder was das ist hier. Und hier, äh, diese Kilometeranzahl habe ich gemacht, äh, heute. 27,8 Kilometer. Und, äh, ich will da so einen bestimmten Test machen. Deswegen werde ich das hier einmal, äh, einmal komplett stoppen. Weil man kann ja diese GBX-Dateien, äh, runterladen. Und, äh, weiterverwerten und so weiter. Und deswegen, mach ich das jetzt komplett stopp. Anstatt irgendwie weiterzulaufen zu lassen. Und werde morgen dann eine neue Aufzeichnung beginnen. Das mach ich dann. So, ich bin jetzt im Zelt drin. Und ich glaube, ich werde mich so langsam schlafen legen. Aber ich würde sagen, gute Nacht, bis morgen. Und, äh, da oben. So, äh, so ein, ähm, Vollfett-Storchen-Nest. Vollfett-Baum. Vollfett-Baum. Mit alles dran. Weil der so fett ist. Und wisst ihr, warum dieser Baum so fett war? Weil dieser Baum so fett war. Äh, und wisst ihr, warum diese Müllermilch abgelaufen ist? Weil diese Müllermilch abgelaufen ist. Und, äh, und wisst ihr, warum diese Müllermilch abgelaufen ist?